Ich habe vor einiger Zeit, Sie wissen, es gibt zum Thema Strategie, gekursiert ein sogenanntes realpolitisches Papier durch die AfD. Und ich bekam eine Einladung, mich zu treffen, um über dieses Papier zu sprechen. Und ich habe das abgelehnt mit der Begründung, ich beteilige mich nicht an Fake-Diskussionen. Und damit sollten wir uns überlegen, wollen wir ernsthaft über Strategie sprechen oder dient bereits das Sprechen über Strategie dazu, sich taktische Vorteile zu verschaffen. Und was die meisten wissen, ich habe also ein Vorleben als CDU-Mitglied, ich habe damit nie Geld verdient, aber ich dachte, es sei der richtige Moment, sich für bürgerliche Werte einzusetzen. Wo ich auch der Meinung bin, dass das vor einigen Jahren eine richtige Lösung war. Und damit durchläuft man ja so gewisse Schulungen als CDU-Mitglied, als RCDS-Vorsitzender. Und man lernt eigentlich, dass für diese Leute Politik nur noch Kommunikation ist. Was auch verständlich ist. Denn das letzte Mal, dass die deutsche Politik vor ernsthaften Entscheidungen stand, das war im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung. Und dann dem, was danach kam, also der Maastricht-Vertrag. Danach ging es eigentlich für Politiker nur darum, sich ins rechte Licht zu rücken. Aber das Land lief mehr oder weniger von selbst. Man hat mir in England dazu ein Bild beigebracht und hat gesagt, sie müssen sich England vorstellen wie ein Segelschiff, das schon oft geflickt ist mit sehr guten Offizieren auf der Brücke. Deutschland ist ein hochmodernes Containerschiff. Das läuft auf Autopilot und die Offiziere auf der Brücke stehen eigentlich nur dazu da, um ihre Uniform zu tragen. Was wir erleben jetzt mit der Euro-Krise, da ging es los, aber vor allen Dingen mit der Massenzuwanderung, ist, dass dieses Containerschiff in sehr schwere See fährt. Und sie wissen, dass wenn sie in schwere See kommen, schaltet sich der Autopilot ab. Und wir erleben jetzt Offiziere, die nie gelernt haben, wirklich zu navigieren und die also im Kreis um den Knopf des Autopiloten stehen und verzweifelt draufdrücken und sagen, geh an, geh an, geh an, geh an. Das ist die Situation. Und diese Techniken verwenden die auch. Und das heißt, die Technik heißt, alles ist nur Kommunikation. Und wenn Sie das jetzt zurücknehmen auf die AfD, dann erleben Sie ein realpolitisches Papier, das ja nur ein Ziel hat, nämlich über eine Fake-Debatte den Laden zu spalten in die Guten und in die Schlechten. Es gibt keine realpolitische Option, zumindest nicht aus diesem Papier. Wenn Sie die realpolitische Option derjenigen, die das unterstützen, nehmen, heißt es etwa, dass man in Nordrhein-Westfalen allen Ernstes überlegt hat, Herr Laschet zum Ministerpräsidenten zu wählen. Also beim besten Willen, wenn das Realpolitik sein soll, dann ist es ja zum Gruseln. Zum Gruseln. Das heißt, dieses Papier war nie ernst gemein, sondern es diente nur dazu, zu unterscheiden und über einen aufgebauten, fiktiven Gegner eine knappe Mehrheit zu sammeln und dann nach dem Prinzip Mehrheit sticht, den Laden in den Griff zu bekommen. Und damit müssen wir die nächst tiefere Ebene gehen und einen Begriff einführen in den heutigen Tag, den man in den angelsächsischen Ländern in der wissenschaftlichen Debatte benutzt und den man aber in Deutschland leider nicht mehr übersetzen kann, der heißt Leadership. Leadership ist definiert, positiv definiert, als die Fähigkeit, Menschen zu motivieren, den Wandel zu wagen. Dann sind Sie im positiven Sinne ein Führer, wenn Menschen Ihnen folgen, um gemeinsam zu einem erkannten Ziel hinzulaufen. Das Problem ist, Sie können natürlich auch versuchen, eine Gruppe negativ zu führen, indem Sie permanent Konflikte schüren und über den Konflikt schauen, dass 55 oder 60 Prozent auf Ihrer Seite sind. Das heißt, Sie gehen immer in Zweikämpfe hinein und sagen, die knappe Mehrheit unterstützt mich. Und wenn sich ein solcher Zweikampf nicht bildet, dann schaffen Sie ihn eben. Und das erreicht man, indem man irgendwelche Themen produziert und die zum maßgeblichen Unterscheidungsmerkmal erhebt. Auch das ist ein altbekannter Begriff, wenn Sie also zum Beispiel in der CDU oder ich glaube, dass es in den anderen etablierten Parteien ähnlich ist, wenn Sie also sich präsentieren wollen, dann heißt es, du musst jetzt mal inhaltlich arbeiten. Inhaltlich arbeiten heißt natürlich nicht, dass man für Überzeugung streitet, sondern man muss ein Papier erzeugen. Alles ist Papier. Wenn ich einen Leserbrief schreibe, wurde mir auch vorgehalten, du hast ein Papier veröffentlicht. In dem Moment, wo ich inhaltlich arbeite, zeige ich, A, ich bin in der Lage, drei Sätze grammatikalisch korrekt auf Papier zu bringen. Punkt 2, ich erhebe damit einen Gestaltungsanspruch, der aber nichts anderes bedeutet, als dass ich einen Postenanspruch erhebe, weil ich ja in einer Politik, die auf Autopilot fährt, ohnehin nicht gestalten möchte. Und in dem Moment, wo es überhaupt keine Diskussion gibt, dann erfinden Sie eben eine. Gehen Sie aus der AfD raus, nehmen Sie ein aktuelles Thema, Ehe für alle. Herr Lindner von der FDP hat sich hingestellt und gesagt, das ist die Grundbedingung, dass wir in eine Koalition gehen. Er hat damit ein völlig, berichtigen Sie mich, aber ich glaube nicht, dass die Ehe für alle ein Thema ist, das in Ihrem Umfeld und auch im Umfeld von Menschen, die nicht AfD ist, ein prägendes Thema, ist ein absolutes Minderheitenthema, hat er zum entscheidenden Unterscheidungskriterium gemacht und gesagt, wer für mich ist und wer gegen mich ist. Und exakt dasselbe erleben wir mit diesem realpolitischen Papier. Deshalb ist es eine Fake-Diskussion, deshalb diskutiere ich darüber nicht. Was zeigt es uns aber? Das Erste, was es uns zeigt, ist, dass diese Mechanismen auch in der AfD eingesetzt werden. Das finde ich überraschend. Und offen gestanden, sie werden also ungenierend eingesetzt. Auf allen Ebenen. Alternative zu sein, heißt aber, glaube ich, auch im Stil eine Alternative zu sein. Das ist aber erstmal nur ein frommer Wunsch. Das Zweite, was es uns zeigt, ist die Frage, wollen wir weiter eine Strategie haben, wo Führung auf der Basis von Differenz, von Unterscheidung, von Kampf durchgeführt wird, oder wollen wir nicht eine Strategie haben, die auf diesem Leadership-Begriff geht, nämlich, dass man gemeinsam ein Ziel erreicht, ein inhaltliches Ziel. Und deshalb auch meine heutige Überschrift, Viribus Unetis, wir sieben gemeinsam, übrigens der Wahlspruch der Österreicher, der österreichisch-ungarischen Armee. Die Ausgangslage ist die, dass es immer leichter ist, eine Gruppe zusammenzufügen über eine Ablehnung, über ein Nein, als über ein Ja. Warum ist es so? Weil es sehr viele Gründe gibt, etwas abzulehnen, man aber, wenn es ins Detail geht, leicht streitet. Das ist ein altbekannter Satz, stammt von Karl Schmitt. In der Weimarer Reichsverfassung konnte man die Reichsregierung mit einem negativen Misstrauensvotum stürzen. Man muss nur der Meinung sein, der Reichskanzler muss weg. Das führte zur Instabilität der Regierung, weshalb wir im Grundgesetz das konstruktive Misstrauensvotum haben. Sie werden also nur dann die Regierung los, wenn sie sich auf einen neuen Kanzler einigen. Die AfD ist in der glücklichen Situation, dass sie zunächst einmal Nein sagt. Und zwar sagt sie Nein zum großen Konsens der schönen Wetteroffiziere, die um den Knopf mit dem Autopiloten stehen. Wir haben einen großen Konsens von Grün bis CDU, der sagt, die größte Gefahr für unser Wohlstand und unsere Sicherheit ist der menschgemachte Klimawandel. Der größte außenpolitische Feind ist Russland. Nichts hat mit dem Islam zu tun. Einwanderung, unabhängig von dem, wie viele kommen und wer kommen, ist eine Bereicherung. Das wichtigste gesellschaftspolitische Ziel sind die LGTBQIA-Plus-Rechte. Familienförderung ist Faschistoid. Und wir müssen darauf achten, dass wir die deutsche Geschichte in ein negatives Licht rücken. Das ist stark vereinfacht. Der große Konsens von Grün bis weit in die CDU hinein, in verschiedenen Schattierungen. Und wer zur AfD geht, der sagt, wir teilen diesen Konsens in mindestens einem Punkt nicht. Es reicht, dass Sie in einem Punkt Dissident sind, dann sind Sie schon verdächtig. Und in dem Moment heißt es aber, dass hier bei uns eine sehr, sehr breite Basis sitzt. Denn es gibt ganz verschiedene Gründe, den Konsens nicht zu teilen. Sie können den Konsens nicht teilen, weil Sie ein profunder Nationalkonservativer sind. Es gibt überhaupt nichts einzubinden gegen Nationalkonservative. Sie können aber den Konsens auch dann nicht teilen, wenn Sie ein Wirtschaftsliberaler sind. Weil dann geht Ihnen diese Staatsfixierung mit einer Staatsquote von 50% furchtbar gegen den Strich. Sie können den Konsens aber auch dann nicht teilen, wenn Sie schlicht und ergreifend ein Pragmatiker des gesunden Menschenverstandes sind. Ich nenne Sie die Trumpisten. Es ist auch teilweise unmöglich, den Konsens zu teilen, wenn Sie in der Schule zu gut aufgepasst haben. Mit anderen Worten, es gibt sehr, sehr viele Gründe, den Konsens nicht zu teilen. Und das Erste, worum es geht, ist, dass wir nicht Menschen, die bei uns sitzen, anfangen, danach auszusortieren, weil uns ihr zentrales Motiv, sich zu uns zu setzen, nicht passt. Sondern worum es geht, ist, die Basis so breit wie möglich zu halten. Warum ist es so? Weil nur gemeinsam die Chance besteht, in eine relevante Größe zu wachsen. Wir haben in der Bundesrepublik sehr, sehr viele Versuche gesehen, aus dem rein nationalkonservativen Impetus heraus, Parteigründungen vorzunehmen. Die sind aus verschiedenen Gründen nicht über die 5%-Hürde gekommen. Dasselbe gilt, wenn Sie jetzt eine rein wirtschaftsliberale Partei à la Lucke gründen würden. Die hätte keine Chance, über 5% zu kommen. Auch eine rein pragmatische, trumpistische, populistische Bewegung des gesunden Menschenverstandes würde aller Voraussicht nach nicht über 5% kommen. Das bedeutet, wenn wir wirklich mitspielen wollen, sind wir dazu verpflichtet, es miteinander auszuhalten. Wer also umgekehrt anfängt, über irgendwelche Pseudodebatten, Realpolitik, Nichtrealpolitik, das aufschwalten zu wollen, um seinen persönlichen innerparteilichen Karriereweg zu beschreiten, der setzt die Axt an die Wurzel. Und insofern, Herr Rubitschek sagt, die AfD wird sicherlich nicht verschwinden, Einschränkung, sie kann das selbst hinbekommen, wenn sie sich entlang dieser Sollbruchlinien zerstreitet. Nur wir selbst schaffen es noch, uns aus dem Rennen zu nehmen. Und die Bedingung, dass das nicht passiert, besteht darin, dass man dem anderen nachsagt, er sei nicht realpolitisch und, und, und. Und insofern gilt die Kritik, erlauben Sie mir das durchaus an beide Seiten. Der eine sagt, wer nicht realpolitisch ist, muss raus und wird mit Parteiausschussverfahren überzogen, was vielleicht grotesk ist. Aber auch der Zungenschlag, es gäbe die Halbe und die Ganzen, ist sicher ein unglücklicher Zungenschlag, den man sich besser schenken sollte. Sondern der erste Satz ist, wir sind zusammen, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Diese Ausrichtung auf ein Ziel heißt es, dass wir wollen, dass unser Vaterland aus einer Krise befreit wird, die existenzbedrohend ist. Es geht eben um etwas, und zwar um den Zusammenhalt hier in unserem Land, um die Art zu leben. Und wenn wir es aufziehen wollen, um den Bestand der abendländischen Zivilisation. Und deshalb bin ich auch dafür, dass wir durchaus auch einmal große Worte nehmen. Wir sollten also nicht nur dafür kämpfen, dass unser Dorf schöner wird, sondern wir sollten durchaus sagen, dass massiv Grundwerte unseres Zusammenlebens und unserer Kultur auf dem Spiel stehen. Und das ist deshalb die Pflicht, jetzt auch einmal darüber hinwegzuschauen, wenn uns vielleicht das bei dem einen liberalere und bei dem anderen nationalkonservative Grundgerüst desjenigen, der mit mir gemeinsam Plakate klebt, zu weit geht. Und insofern wollte ich das nehmen, ich glaube, dass dieser Zusammenhalt der entscheidende Schlüssel ist. Jetzt möchte ich einige konkrete Ableitungen machen und dann mich gerne in Ihren Fragen stellen. Das eine ist das, dass ich erlebe, dass man sich teilweise das Schwarze unter dem Fingernagel nicht gönnt. Ich nenne ein Beispiel, wir haben in dieser Woche, hat die AfD einen Gesetzentwurf vorgestellt, das Meinungsfreiheitsgesetz, als Antwort auf das maßische Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was man auch Meinungsfreiheitsbekämpfungsgesetz nehmen kann. Ich weiß nicht, wer von Ihnen als aktiver Parteimitglied das mitbekommen hat, dass das geschehen ist. Es sind relativ wenige, ich freue mich, dass es einige sind, ich habe es auch gegoogelt. Das Interessante dabei ist, dieser Gesetzentwurf, den hatten Herr Nikolaus Steinhöfel, das ist ein FDP-Mitglied und ich vor, ich glaube, zwei Monaten entwickelt und dann ins Internet gestellt. Und Henrik Broder hat den an alle Bundestagsabgeordneten verteilt. Der hatte also eine gewisse Welle gemacht. Steinhöfel hat da angeboten, wenn die AfD damit nach außen geht und man sich mit ihm abstimmt, sorgt er dafür, dass in der Achse des Guten ein entsprechender Artikel kommt, der das unterstützt. Die Frage war auch, ob man sich nicht abstimmt mit den Initiatoren des Gesetzes, um eine höhere Reichweite zu erreichen. Es ist nichts passiert. Man hat also weder bei Steinhöfel noch bei mir angerufen. Das Ergebnis ist, das ist verpufft. Jetzt kann man sich darüber streiten, warum ist das passiert. Einigen wir uns, mindestens war es unprofessionell. Nehmen wir weiter, Sie hatten hier in Sachsen-Anhalt unlängstes Problem, dass aus einer WhatsApp-Gruppe geleakt wurde. Die erste Frage ist, warum läuft parteiinterne Kommunikation über eine WhatsApp-Gruppe und nicht über geschlossene Online-Plattformen, wie das im Ausland Standard ist. Das ist ein Mangel an Vorbereitung und an Professionalität. Es gibt zum Beispiel, der gesamte Wahlkampf von Herrn Trump lief über eine App, wo die Parteimitglieder geschlossen kommunizieren konnten. Was mich aber noch mehr geärgert hat, ist, es passiert einfach, dass Fehler passieren. Ich fand, dass Herr Pockenburg ein exzellentes Krisenmanagement betrieben hat. Er hat sich nämlich hingestellt und hat gesagt, wir haben Deutschland, wir haben Deutschland schon wem sonst. Das ist erst mal eine ziemlich clevere Lösung, weil dann der Gegner argumentieren muss. Es hat aber, ich glaube, zwei Tage gebraucht, dann ist er von den eigenen Leuten angegriffen worden, indem, in dem Fall Herr Wohletzer erklärt hat, er wäre bei der NPD besser aufgehalten. Sie sehen schon wieder, man nimmt die Uneinigkeit, anstatt zu überlegen, wie kann ich den gesamten Kahn jetzt elegant aus dem Feuer ziehen, benutzt man es für persönliche Abrechnung. Das heißt, wir haben immer das Problem dieser Zwistigkeiten, die dann kombiniert werden, oftmals mit einfach Mangel der Professionalität, die einfach auch daran liegen kann, dass es halt eine neue Partei ist. Ich habe das Problem in Dresden, ich habe einen Direktkandidaten, Jens Mayer. Der Mann ist ein angesehener Richter gewesen, bei Anwälten und Gerichtspräsidenten wegen a, guter Fachkenntnisse und b, einem sehr ausgleichenden Wesen. Es war klar, dass wenn er sich positioniert für die AfD, dass er massiv angefeindet wird. Das ist eingepreist. Das hätte er locker überlebt. Aber wenn natürlich die eigene Partei ihn mit zwei Parteiausschlussverfahren überzieht, wird jeder Unbeteiligte sagen, ja offenbar ist was dran. Das heißt, die eigene Truppe hat den aussichtsreichsten Kandidaten, den wir haben, weit und breit, in einem Maße beschädigt, dass wir selbst jetzt, wenn ich herumgehe und sage, also mit meiner persönlichen Reputation, ich kenne den länger, als es die AfD gibt, das ist ein sauberer Mann, stoße ich auf viel Unverständnis. Und es ist also erneut das Problem und auch hier, Kreisparteitag, es wurde erklärt, wir wissen, dass das Parteiausschlussverfahren aussichtslos ist. Wir machen es, damit wir was für die Presse haben. Also Punkt 1, das ist unprofessionell. Punkt 2, das ist das Legen der Axt an die Wurzel. Und Punkt 3, wenn das Realpolitik sein soll, dann verschone uns Gott vor Realpolitik. Wenn wir also, wenn wir diese Punkte zusammenbringen, dann wäre mein strategischer Ansatz. Das erste ist, entweder wir schaffen es gemeinsam oder wir schaffen es gar nicht. Das setzt voraus, dass beide über die Grundlage dessen hinweg schauen, was der andere, was den anderen zur AfD führt. Und zweitens, das erreicht man nur über ein klar definiertes Ziel. Und dieses Ziel muss heißen, es geht uns hier um die Grundlagen unserer Kultur und Zivilisation und wir dürfen es durchs auch hochhängen. Und drittens, aus dieser Bewegung heraus, aus diesem Ziel heraus, sollten wir uns bemühen, um eine hohe Professionalität unserer politischen Arbeit und unserer Kampagnen und sollten dort auch Wert drauf legen und zwar mehr Wert, als uns gegenseitig zu versuchen zu beschädigen. Das wäre mein Eindruck und jetzt freuen wir uns. Vielen Dank. Vielen Dank.